Hallo Leute, heute in der nächsten Video, Betragsoptimum PI-Regler dimensionieren. Und zwar, wenn ich eine Strecke habe mit lauter Produkten und eine Zeitkonstante davon ist wesentlich größer als die restlichen zusammen. Also ich habe hier mal so ein Beispiel. Ihr seht, die 10 ist viel größer als hier die Summe zusammen. Und wie kann ich jetzt so einen PI-Regler definieren? Der sieht ja so aus, KR mal 1 plus TRS, also so ein kleines R, schauen wir es sauber, durch S. So, dieses KR, da gibt es eine Formel dafür, das ist 1 durch 2KS und die Summenzeitkonstante. Und das ist 1 durch 2 mal KS, ist 5, mal Summenzeitkonstante. Da nicht alle Summen zusammen, alle Zeitkonstanten zusammenzählen, sondern die 10 hier, die größte, weglassen und dann die kleinen zusammen. Ist 2 mal plus 2 plus 1 ist 5. Und dann erhalte ich hier, 2 mal 5 ist 10, mal 5 ist 50, ein Fünfzigstel. Und das ist 0,0, nicht, dass ich mich hier verrechne, 0,02. Die passt schon. So, und meine Zeitkonstante TR ist ganz einfach, meine größte Zeitkonstante hier, meine 10 Sekunden. So, dann packe ich alles noch zusammen und erhalte nun K0,02 mal 1 plus 10S durch S. Und das ist dann mein PI-Regler. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.